In einem verheerenden Angriff auf russische Flugfelder richten die Ukrainer die angeblich größten russischen Kampfflugzeugverluste an einem Tag seit Ende des Zweiten Weltkriegs an. Darüber hinaus gehen die Kämpfe in hoher Intensität an mehreren Teilen der Front weiter und russische Sorgen vor dem ukrainischen Eröffnen einer neuen Front intensivieren sich und die Russen glauben eine Menge Hinweise dazu zu sehen. Dies und mehr in diesem Lagebild. Hallo und herzlich willkommen. Wir fangen mit der allgemeinen Lage an mit den generellen Informationen und zwar hat Russland erneut schwere Luftangriffe durchgeführt mit Marschflugkörpern. Zuletzt wurden beispielsweise 5 KH 59 Marschflugkörper eingesetzt. Die deutsche Transliteration ist auch CH 59. Darüber hinaus wurde beispielsweise eine ballistische Iskander Rakete eingesetzt sowie 12 Shahid diese de facto Marschflugkörper oder Selbstmorddrohnen. Je nachdem wie sie eben gerne bezeichnet werden. Aber das ist eine andere Debatte wie die korrekte Bezeichnung davon wäre. Im Norden der Front gehen die Kämpfe mit hoher Intensität weiter. Es wird nordöstlich von Kopiansk gekämpft. Vor allem aber auch entlang praktisch der Front zwischen Svatove und Kremina. Sirsky, der Kommandeur der Bodentruppen der Ukraine, sagt, die Russen versuchen durchzubrechen. Also inzwischen geht die ukrainische Seite davon aus, dass die Russen es zunehmend ernst meinen. Und dies kann langsam nicht mehr ganz als Ablenkungsangriffe in Bezug auf die ukrainische Gegenoffensive gesehen werden. Die Russen haben definitiv Erfolge bei Orlyanka gehabt. Wir haben hierzu einen ukrainischen Millblogger, also ein pro-ukrainische Seite. Und gemäß dem, wie wir hier arbeiten, ist es so, dass wir natürlich ukrainische Eingeständnisse einer Niederlage oder Geolokalisierung als gegeben angeben. Er hat hier eine Geolokalisierung durchgeführt, die entsprechend hier etwas Territorium bei Orlyanka verloren hat für die Ukraine. Wir sehen, wir reden hier von ein paar Baumreihen unten im halben Feld, also nichts für sich dramatisch Bedeutendes. Aber aktuell in der jetzigen Phase sind die meisten Gewinne oder Verluste auf dieser Größenordnung, sowohl was die Ukraine angeht, als auch was die Russen angeht. Also diesbezüglich nichts Neues. Während also die ukrainische Seite sagt, die Angriffe häufen sich ganz massiv und die Intensität nimmt zu, haben wir ansonsten keine wirklichen relevanten Änderungen an der Front, gerade auch zwischen Swatovo und Krimina zu verzeichnen. Auch südlich des CVS geht und jetzt gehen die Angriffe bei Bachmut, gehen die Kämpfe bei Bachmut weiter. Ich kann aber hier keine frische Veränderung verifizieren, dass es irgendwo zu einer nennenswerten Veränderung am Boden gekommen wäre. Deswegen springen wir gleich weiter direkt zu Avdivka. Avdivka haben die Russen ja eine größere Offensive begonnen, haben dort den Anschein gemacht, sie wollten Avdivka einkesseln, sowohl hier im Norden von Krasnohorivka, so in etwa in die Richtung Südwesten, als auch von Wodiane in Richtung Norden haben sie versucht, den Schwerpunkt der ukrainischen Verteidigung hier, Avdivka, abzuschnüren und dort angegriffen. Es gibt weiterhin viele russische Angriffe. Die Ukrainer sagen, nach anfänglichen Panzereinsätzen würden nun vor allem menschliche Wellen zum Einsatz kommen, also nun vor allem Angriffe mit Infanterie. Auch der Aushubhaufen, Müllhaufen, wie auch immer wir das übersetzen wollen, ist weiterhin in ukrainischer Hand. Hier ist ein Kokswerk und der Abraum davon, die Reste sind hier aufgestapelt zu einem relativ hohen Hügel, der das gesamte Gebiet natürlich umblickt und daher eine sehr große Bedeutung hat. Nach dem jetzigen Stand, den ich habe, ist er weiterhin in ukrainischer Hand. Es wurde, ich habe eine Geolokalisierung gesehen, wonach ein russischer Soldat hier am Süden des Hügels war, vor einigen Tagen, entweder war das eine Fehlinformation oder aber die Russen hatten den Hügel inzwischen tatsächlich erobert, wurden aber wieder von ihm zurückgedrängt. Denn wie gesagt, nach meinem jetzigen Stand ist er in ukrainischen Händen. Ob er zwischenzeitlich mal kurzzeitig in russischen Händen war, kann ich nicht bestätigen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist er ukrainisch. Während also im Norden ich nicht bestätigen kann, dass ich für die Russen irgendwas nennenswert getan hätte, ist es im Süden anders. Wie üblich reden wir von relativ kleinen Fortschritten, aber gerade hier bei Avdivka ist es sehr wohl von Bedeutung, denn die Front ist hier de facto seit 2014, 2015 an exakt der gleichen Stelle. Sie können hier die Linie sehen, wo zum Teil zumindest bis vor sehr kurzem noch die Front sich überhaupt nicht bewegt hatte, selbst in der Intensivierung der Kämpfe seit dem Februar 2022 nicht. Und hier haben nun die Russen dieses Gebiet hier eingenommen, haben sich näher an die Ortschaft Avdivka herangeschoben entlang dieser Straße. Das ist eine Veränderung, die eben seit langem nicht erfolgt ist hier im Süden. Während sie also von der Distanz her nicht bedeutend ist, ist es insoweit bedeutend, weil es dort nun erstmals seit langem wieder Bewegung gibt. Gleichfalls haben die Russen hier nordwestlich von Wodiane dieses Stück hier eingenommen. Auch hier wieder nur ein paar Baumrein, aber auch hier wieder erneute Geländegewinne der Russen, die wir verzeichnen können. Dazu habe ich eine Geolokalisierung auch, die uns weiter südlich bei Marinka Bewegung zeigt. Hier haben wir allerdings die Ukrainer, die etwas Erfolg haben, nämlich, ich gehe nochmal zurück, Marinka ist hier unten. Hier wird ja schon seit, auch im Prinzip seit Beginn der Großinvasion, wird gekämpft. Die Russen haben seither diese ganze Distanz der Ortschaft erobert und nun sind die Ukrainer wohl zurückgekommen. Sie sind sowohl hier als auch hier geolokalisiert worden. Ich habe hier entsprechend, gibt es Aufnahmen und die Geolokalisierung, wie wir erkennen können, sind hier direkt in diesem Haus und der Baumreihe. Zu östlich davon, also hier und hier, sind nun die Ukrainer neu bestätigt worden. Entsprechend sollte dies nun von den Ukrainern befreit worden sein. Zumindest wirken die Bilder dementsprechend. Es ist nicht klar, wie weit sie die Russen weiter zurückgedrängt haben, aber an sich sollte die umkämpfte Zone nun ein Stückchen weiter nach Osten sein. Also zumindest lokal ist den Ukrainern hier ebenfalls ein Geländegewinn gelungen. Ich habe keine nennenswerten Neuigkeiten aus der Region Wule da. Ähnlich ist es hier südlich von Velika Novosilka. Auch hier kann ich nichts Nennenswertes in den letzten Tagen bestätigen. Die Front scheint sich hier nicht spürbar bewegt zu haben, auch wenn natürlich hier und dort mal eine 30 Meter Veränderung denkbar ist, hat es jedoch keine wirklichen Veränderungen gegeben. In Orichiv, wo der Haupt, wo der Schwerpunkt der ukrainischen Anstrengung die letzte Zeit jetzt war, haben wir von Seiten russischer Milblogger, im Besonderen hier, Wargon, so die Bestätigung vom 14., also von vor drei Tagen. Dort hatten die Russen dann gesagt, dass die Ukrainer angegriffen hätten hier Robotine, Minor Progress westlich von Robotine, also hier in die Richtung hätten die Ukrainer einen kleinen Erfolg erzielt. Das ist alles, was sich hier an Veränderungen jetzt verzeichnen kann. Also auch hier ist die Front weitgehend zum Stillstand gekommen für den Moment, auch wenn die Gefechte durchaus weitergehen. Interessant wird die Geschichte, was westlich davon passiert am Dnipro und zwar dort laut russischen Angaben heizt sich dort die Situation an. Wir haben hier eine Karte von Riba, ebenfalls russische Milblogger. Ich mache kurz meine Kamera aus, dann können Sie es sehen. Die eben sagen, die Ukrainer hätten bei den Brückenresten den Dnipro überquert. Dabei würden sie vorrücken auf den Inseln und versuchen, sich dort festzusetzen. Das ist also dieses Gebiet hier, dass dort die Ukrainer versuchen, sich auszubreiten. Und das Interessante ist, wie Riba das interpretiert, nämlich, dass das eine klare Vorbereitung sei für amphibische Operationen oder beziehungsweise für eine Flussüberquerung. Laut Riba, die ja schon seit mindestens einem Monat zunehmende Sorge und Angst gerade zu schüren vor einer ukrainischen Überquerung des Dnipro, die werden nun schriller und die werden konkreter und die sagen, das sei konkreter. Und sie sagen auch in direktem Zusammenhang dazu, stehe der Angriff auf den Flughafen von Berdyansk. Das haben wir hier, wo Sie es im Süden sehen. Das seien Versuche, den auszubreiten, ihre Stützpunkte auszubreiten. Und das zeigt auch, dass es eine Vorbereitung eben sei auf die künftigen Operationen über den Dnipro. Und hier auch, sie erwarten, dass es künftig gegen die Krim geht. Ebenfalls in Vorbereitung, alles zur Vorbereitung einer Überquerung des Dnipro. Denn in Berdyansk ist was Größeres passiert. Wir haben hier ein Video davon und Ähnliches ist wohl auch in Luhansk passiert. Die beiden Flugfelder dort sind weit hinter der Front. Außerhalb der Reichweite von regulären High-Mars-Raketen wurden angegriffen. An mehreren Stellen sind hier Explosionen und Brände zu sehen. Im Hintergrund hört man auch Munition noch detonieren. Also hier ist großer Schaden angerichtet worden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht ganz klar, wie viel zerstört wurde. Die Zahlen, die ich finde, sind zwischen 8 und 10. Aber irgendwo in dieser Größenordnung wurden Schäden an russischen Kampfhubschraubern und wohl auch Transporthubschraubern angerichtet. Wir haben hier Satellitenaufnahmen aus der Vergangenheit, die zeigen, wie viele Hubschrauber hier relativ nah zusammenstehen. Sie haben zum Teil, sind sie geschützt gewesen durch eben Erdwelle zu beiden Seiten. Aber das war nicht alles und vor allem hat dies nicht geholfen gegen das, womit sie angegriffen wurden. Die Bestätigung übrigens, dass der Angriff durchgeführt wurde, haben wir weitgehend von der russischen Seite. An vielen Stellen gibt es Sorge diesbezüglich. Es wird teilweise geradezu Verzweiflung geäußert. Und vor allem gibt es neue Beschwerden, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Das sei Versäumnisse auf eigener Seite gewesen. Man habe seit über einem Monat gewusst, dass die Ukrainer die dafür notwendigen Waffen erhalten, die inzwischen hier auf Bildern festgelegt sind, nämlich Attack-Cams mit Streumunition. Die USA haben vor kurzem erklärt, sie würden der Ukraine eine kleine Zahl Attack-Cams liefern. Dabei wurden ihnen die MGM-140A geliefert. Das sind veraltete Versionen, die von den USA eigentlich meines Wissens nicht mehr im Einsatz sind. Hier hat man sogar bei Berdiansk einen Teil gefunden der eingesetzten Rakete. Hier ist sogar schön zu erkennen, Surface Attack MGM-140A. Das heißt, hier ist die Typenbezeichnung sogar direkt zu erkennen. Das ist eine Rakete, die nur etwa 160, 165 Kilometer Reichweite hat. Also nicht 300 Kilometer wie die modernen Version, aber eben einen großen Splitter-Gefechtskopf mit um die 300 Splitter-Gefechtsköpfen, die wir hier einen davon sehen. Denn das ist ja einer der Gründe, weshalb Streumunition verpönt ist und von einigen Nationen oder von der ganzen Reihe Nationen verboten wurde. Und die haben sich selbst verpflichtet, sie nicht einzusetzen, weil es eben immer eine gewisse Blindgängerquote gibt. Gerade natürlich, wenn die Munition älter wird, so wie in diesem Fall, wo wir es eben mit etwa 25, fast 30 Jahre alten Waffensystemen zu tun haben. Hier haben wir also einen Blindgänger. Aber natürlich, Sie können sich vorstellen, wenn auf eine solche Konzentration von Hubschraubern Raketen niedergehen, die mehrere hundert Streu, mehrere hundert einzelne Submunitionen ausstreuen, einzelne kleine Sprengladungen mit Splitter-Gefechtsköpfen verstreuen, dann ist der Schaden ganz erheblich. Und wie ich, als es erstmals um diese Raketen ging, gesagt habe, die gelieferten 140A, MGM 140A sind nicht zu gebrauchen gegen die Kärtschbrücke, aber gegen Truppenkonzentrationen im Freien und vor allem gegen Flughäfen sind sie gut zu gebrauchen. Sie können sich die alten Lageberichte anschauen, wo wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben. Habe ich sogar explizit Flughäfen genannt. Ich glaube, ich habe sogar Berdi Jansk angesprochen. Und von russischer Millblogger-Seite ist das zumindest einigen ebenfalls klar gewesen. Und die sind gerade außer sich, dass dies hier passiert ist. Hier müssen wir natürlich an der Stelle klar mal die Zusammenhänge stellen. Die sind jetzt eingesetzt worden, die MGM 140A, weil sie erst jetzt geliefert wurden. Das ist ein Schema, was wir durch den gesamten Ukraine-Krieg haben, dass die Waffensysteme immer geliefert werden. Die Ukraine erhält praktisch alles, aber sie erhält es immer unnötig spät. Denn wären die Attack-Cams eingesetzt worden Ende Mai, dann wären vielleicht die Kampfhubschrauber der Russen nicht in der Lage gewesen, die vorrollenden Kampfpanzer hier im Süden bei Orichiv beispielsweise, wo sie eine größere Anzahl an Bradley ausgeschaltet haben und auch mehrere Leopard 2 teilweise mit eben Kamov 52 Kampfhubschraubern. Diese wären dann möglicherweise nicht mehr in der Lage dazu gewesen, weil sie am Boden zerstört worden wären. Und dann kommen wir natürlich gleich zum nächsten Punkt. Die Panzerkolonnen hätten nicht Anfang Juni rollen müssen. Die hätten theoretisch letztes Jahr im September bis Dezember bereits rollen können, wenn man ebenfalls nicht die Lieferung weiter verzögert hätte. Und so ähnlich wird es in einem Jahr sein, dann werden wir ein paar spektakuläre Erfolge von ukrainischen F-16-Piloten haben. Aber uns allen sollte dann klar sein, die hätten auch diesen Juni bereits erfolgen können, wenn man zeitnah die Entscheidung getroffen hätten. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, wie weit der Westen eigentlich überhaupt will, ob die Ukraine gewinnt. Dazu fehlt auch noch das eine Video, was hier zeitnah oder bald hoffentlich kommen wird. Und die Art und Weise, wie die Ukraine den Krieg eigentlich noch gewinnen kann. Und vor allem, wie sie ihn schnell gewinnen kann. Wenn Sie daran natürlich Interesse haben, gleich an der Stelle schon mal vorausgreifen, dann abonnieren Sie den Kanal, dass Sie das künftig nicht verpassen. Ansonsten haben wir noch ein paar Informationen zu den Angriffen der Russen bei Avtivka. Und zwar sagt der GUR dort, dass man die Offensive habe kommen sehen und sich vorbereitet. Sich entsprechend habe man sich vorbereitet. Das würde vielleicht dafür sprechen, warum die Minenfelder dort offensichtlich intensiver sind als sonst. Denn von Seiten der russischen Millblogger wird besonders betont, dass die Minenfelder dort stark sind. Und hier zumindest besteht eine Möglichkeit, dass dies der Fall ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Ukrainer im Süden nicht nur über eigene Bestände verfügen und natürlich welche geliefert bekommen, sondern im Süden auch große russische Minenfelder geräumt haben. Und dort wird betont, dass der Großteil der Räumarbeit von Hand erfolgt. Und wenn die von Hand erfolgt, dann kann es natürlich dazu führen, dass man den Zünder aus der Panzerabwehrmine herausdreht und dann ist die wiederverwertbar. Dann kann man die natürlich auch an anderen Punkten benutzen. Das heißt nicht, dass hier jetzt Minen aus dem Süden zum Einsatz kommen, sondern das ist nur ein Zusammenhang, der theoretisch bestehen wird. Gleichzeitig haben wir noch eine Sache zu Avtivka. Nämlich hat Putin von aktiver Verteidigung gesprochen, nicht etwa von einer Offensive oder von Offensivoperationen oder irgendetwas in dieser Art. Und zumindest von Analysten wird das so interpretiert, dass er die Erwartungen klein halten wolle, weil er inzwischen zu der Ansicht gelangt sei, dass eben die russischen Erfolge wohl nicht so selbstverständlich sind, wie er sie sich erhofft hat. Denn der Donbass sollte ja schon seit einem Jahr und länger erobert sein. Gleichzeitig haben wir allerdings Berichte von ukrainischer Seite, von pro-ukrainischer Seite, dass Russland weitere Verstärkungen schicke. Das heißt, die Angriffe um Avtivka sind höchstwahrscheinlich noch nicht vorbei. Da dürfte es noch eine Weile weitergehen. Und wir sehen eben immer wieder Erfolge. Das heißt, hier sind wir noch nicht an dem Zeitpunkt angekommen, wo die Verteidiger, die ukrainischen Verteidiger von Avtivka aufatmen können, weil die Sache für sie bereits positiv gelaufen ist. Hier werden die Gefechte aller Wahrscheinlichkeit noch eine Weile weitergehen. Gleichzeitig haben wir nördlich des Siverskid und jetzt zwischen Swatove und Krimina gehen die russischen Offensivoperationen auf diesem Bereich, intensivieren sich ebenfalls. Also zumindest hier nördlich des Siverskid und jetzt, wie auch südlich von Bachmut in der Region ist, die Initiative klar auf russischer Seite zum jetzigen Zeitpunkt und die Angriffe gehen weiter. Das war es soweit hier mit diesem kurzen Lagebild, auch wenn wir schon wieder bei 16 Minuten sind. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, freue ich mich natürlich über den Daumen hoch. Das hilft wirklich mit dem Algorithmus und hinterlasst Sie einen Kommentar, was Sie von der Politik zur Waffenlieferung in Richtung Ukraine halten. Wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken, dass Sie künftige Videos nicht verpassen. Wenn alles klappt, solltest du in zwei bis drei Stunden auch ein Update zur Lage in Israel geben, zum Hamas-Israel-Krieg. Auch dazu werden wir noch was machen. Ansonsten gibt es morgen um 20 Uhr deutscher Zeit den Livestream mit umfassendem Lagebericht. Auch dann Truppengeneration, also Truppenerstellung, internationale Hilfe für die Ukraine, politische Zusammenhänge etc. Wenn wir dann ebenfalls darüber sprechen, als Livestream 20 Uhr deutscher Zeit mit anschließender Frage-Antwort-Runde, wo ich Sie natürlich ebenfalls herzlich einladen würde und gerne dabei sehen würde. Das war es aber ansonsten soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An dieser Stelle auch nochmal mein herzliches Dankeschön an all jene, die den Kanal Monat für Monat treu unterstützen, sei es hier auf YouTube als Mitglied, sei es auf Patreon. Im Besonderen möchte ich mich natürlich bedanken bei dem Patreon-Oberstleutnant Nippelzwicker, wie auch bei den Patreon-Leutnant Andreas Donath, Dekunjo, Dr. Knut Brandes, Gregor Schwarz, Plague-Doctor, Trollstrings und Ulf Kipke. Vielen herzlichen Dank. Ohne Sie wäre es sicherlich so nicht möglich. Vielen Dank.